Mai Govanen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum fünften Abschnitt der Quenta Silmarillion mit dem Titel von Eldamar und den Fürsten der Eldalie. Wir arbeiten uns in der Tolkien-Mythologie langsam aber sicher westwärts voran. Heute geht es darum, wie die Elben nach Amman ins gelobte Land der Vala kommen. In der vorletzten Folge haben wir gelernt, dass die Elben bei ihrer langen Wanderung nach Westen in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Die Vanya, die Noldor und die Telleri. Und während die Grünen sich noch so ein bisschen verbummeln, drängeln sich die Vanya und die Noldor jetzt hier an den Küsten von Mittelerde. Boah, so viel Wasser, das ist bestimmt gefährlich. Aber die Vala schicken den netten Ulmo blub zu ihnen. Hey, keine Angst, soll ich euch was auf meinem Muschelhorn vorspielen? Wow, cool, wir werden noch voll die Hochsee-Fans. Und weil es noch keine anderen Verkehrsmittel gibt, lässt Ulmo sich was einfallen. Hier, ich habe euch meine Insel abgepflückt, schwupps, und da könnt ihr einfach aufsteigen. Und ich ziehe euch dann übers Meer ins gelobte Land nach Amman rüber. Krass, Migration läuft. Sie steigen auf und Ulmo schiebt sie übers Meer mit Gehilfen nach Amman rüber. Kaum sind sie los, kommen die verbummelten Telleri natürlich, hey, wieso habt ihr nicht auf uns gewartet, doch Menno. Ein paar von ihnen suchen natürlich auch noch nach ihrem König Elwe, siehe letztes Kapitel. Aber der Rest so, nee, also dann ist jetzt hier Olwe unser König. Und wir wohnen hier am Meer. Zu ihnen kommen dann gerne Osse und Uinen. Das sind zwei Meeresmaja, also so Assistenzgötter. Wir bringen euch alles über Ozeanologie bei. Wow, danke. Und die Telleri sind so eigentlich ganz happy mit ihrem Wohnort. Aber aus Amman meldet sich König Finwe von den Noldo. Och Mensch, Ulmo, hol doch unsere Kumpels auch noch rüber. Wir vermissen die so. Deswegen kommt Ulmo dann nochmal vorbei und sagt, hier, ich habe nochmal eine Insel mitgebracht. Alles aufsteigen. Und Osse so, nein, bleibt hier. So cool wie hier wird es in Amman nicht. Und manche Telleri entscheiden sich tatsächlich zu bleiben. Zum Beispiel Kirdan, jawohl, und zwar bis zum Ende von der Herr der Ringe. Ich gehe mir jetzt Anfurten bauen. Und natürlich die Freunde und Familie von Elwe. Ja, also es dauert zwar schon ewig, aber wir suchen ihn halt noch. Der kann doch nicht einfach weg sein. Aber Olwe sagt, nee, also tut mir leid, wir fahren jetzt Leinen los. Und Ulmo bringt den größten Teil der Telleri rüber ins gelobte Land. Und das nimmt den Osse total mit. Er schwimmt so hinter ihnen her. Und als sie in die Bucht von Amman gelangen, ruft er ihnen zu. Hey, wartet doch mal. Und die sagen, äh, Ulmo. Blub, ja. Sag mal, könnten wir vielleicht einfach hier vor Anker gehen und so in Sichtweite bleiben? Ja, also gut, dann mache ich die Insel jetzt fest. Und nenne sie Tol Eressa, die einsame Insel. Und so ist doch cool hier in Sichtweite von Amman und gleichzeitig mit dem Meer und unserem Freund Osse verbunden. Hey, das finde ich voll nett von euch. Und die Waller arrangieren sich damit und sagen, ja, gut, also dann Vorschlag, wir machen hier in unseren Außenmauerschutzwall so einen Cut, also so ein Tal. Dann scheint das Licht der Bäume von Valinor immer so ein bisschen zu euch raus. Und die Eldar so. Und wir bauen uns in dieses Tal auf dem grünen Hügel die Stadt Tirion. Dann können wir unsere Freunde und gleichzeitig ins gelobte Land ziehen. Die Noldor unter König Finnwe hier sind ja die handwerklich geschickten Macher unter denen Eldar und Aule so. Ja, das sind meine Lieblinge, ne? Die haben als erste Edelsteine entdeckt und ausgebuddelt und wie die Irren geschliffen. Feanor hier übrigens, der Sohn von Finnwe, ist der absolut genialste von ihnen. Feanor heißt Feuergeist. Ja, und übrigens, Fingolfin und Finarfin, ja, die sind zwar auch rot, aber das sind nur meine Halbbrüder. Deswegen kann ich die auch nicht so super leiden. Feanor hat selber sieben Söhne, die zählen wir jetzt nicht alle auf. Aber interessant ist vielleicht, dass Finarfin, sein Halbbruder, eine Tochter namens Galadriel hat. Ja, die Galadriel. Die spielt also schon ziemlich lange mit auf Arda. Irgendwann kriegen die Telleri aber den Inselkoller und sagen, äh, könnten wir vielleicht doch mal an Land kommen, nur so zu Besuch? Und auf Befehl von Ulmo bringt ihnen Osse dann bei, wie man Boote baut, beziehungsweise Schiffe. Und die so, äh, ja, und wie bewegen die sich vorwärts? Ja, da habe ich mir was einfallen lassen. Die werden jetzt erstmal von Schwänen gezogen. Oink! Äh, das mit dem Segeln kriegen wir später. Und, äh, die steigen ein und, äh, fahren an Land. Und auf diese Weise sind die drei Elbenvölker, also endlich in Eldamar, wiedervereinigt. Die Telleri, äh, bauen sich ans Wasser hier. Die Stadt Al-Kalonde als Hafen. Und, äh, wie das so ist, die Vanya sagen dann, also, äh, es war ja nett, ne, aber langsam wird's auch eng hier in der WG. Wir ziehen dann mal in die Nähe vom Chef, also zum Mann wird Tschüss. Also bleiben jetzt nur noch die Noldor in Tyrion oben auf dem Hügel. Und die, äh, vertragen sich echt gut mit, äh, den Telleri-Unterkönig Finwe in Al-Kalonde. Das war's auch schon für dieses Kapitel, das wir mit einem kleinen Spoiler-Alert beenden. Besser wird's nicht. Und das, liebe Gemeinde, war von Eldamar und den Fürsten der Eldalie von J.A.R. Tolkien. Vielen Dank. Vielen Dank.